Wir zeigen mit diesem Projekt, dass wir auf eine sichere, auf eine belastbare Partnerschaft mit Russland in der Zukunft setzen. Warum haben wir uns das angetan? Bei uns kommt fast nur Gas von Putin aus dem Hahn. Komplett verarscht vom falschen Freund, doch dieser Traum ist jetzt ausgeträumt. Wir haben uns abhängig gemacht und dieser Sack hat sich ins Fäustchen gelacht. Boykotin wir jetzt sein Diktatoren-Gas, dann sägen wir damit am eigenen Ast. Geld statt Moral, das musste sich rächen. Wir finanzieren seine Kriegsverbrechen, wir haben alle gewusst, wie es richtig geht. Mit noch mehr Wind und Solar, doch jetzt ist es zu spät, zu spät. Wir sind blind und naiv gewesen und sind auch noch beim autokratischen Chinesen. Größter Handelspartner, Kritik ist tabu, totale Abhängigkeit gibt's gratis dazu. Stell dir mal vor, China greift Taiwan an und wir können nicht sanktionieren, sonst bricht alles hier zusammen. Geld statt Moral, das musste sich rächen. Statt Putin müssen wir beim Scheich ins Blechen. Wenn ein Land auf Gas, Benzin und Kohle steht, hat es die Zukunft verpennt und dann ist es fast schon zu spät. Diese Idee, das muss sich jetzt nicht so spät. Vielen Dank.